Wo sind die Osterhaier? Der Osterhase hat ein besonderes Geschenk für alle seine Freunde. Erröst du, was es ist? Richtig, Osterhaier, so sehen sie aus. Hilfst du dem Osterhasen, all die bunten Eier zu finden? Hast du ja gesagt, dann los. Hier ist ein großes Osterei für Ella, den exotischen Elefanten. Zwei süße Sklamereien für Millie, den starken Maulwurf. Drei leckere Schoko-Eier für Chiki, das süße Küken. Vier leuchtende Eier für Schö, das schockterne Schlaf. Fünf kleine Eier für Bella, den schönen Blauhäher. Sechs knusprige Eier für Snort, die verrückte Schlange. Sieben gelbe Eier für D, die tanzende Ente. Acht glänzende Eier für Honi, der lustige Ase. Neun nussige Eier für Noni, der frecken Molk. Zehn Ostergeschenke für dich. Schau, hier ist eine besondere, besondere Überraschung für den Osterhasen. Weißt du, was es ist? Genau, ein Korb voller saftiger Karotten. Danke, dass du den Freunden vom Osterhasen geholfen hast. Freu Ostern! Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzen, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Jojo sucht Osterhaar. Es ist Osterne. Geh auf die abenteuerliche Suche nach den Osterhaarern. Kokofleck und Nabil sind sehr aufgeregt. Es ist Osterne, rufen sie und springen auf und ab. Was ist Osterne? fragt Jojo. Juju antwortete. Es ist der Tag, an dem wir Osterhaar zucken gehen. Wer die meisten Eier findet, gewinnt. Lasst uns losgehen und Osterhaar zucken, rufen alle und rennen los. Es ist Georgios erstes Osterfest und er will unbedingt gewinnen. Er sieht ein Vogelnest und denkt, es ist ein Osterei darin. Aber als sein Rüssel im Nest herumstöbert, stürzt, zetternd ein Papagei auf ihn los. Oh, Entschuldigung, sagt Jojo und geht weiter, um woanders nach Osterhaar zu suchen. In einer kleinen Baumhöhle findet Jojo zwei schöne, gefleckte Eier. Aber ein Spekt ämmert laut, takt, takt, takt an dem Baum, um Jojo zu warnen. Entschuldigung, sagt Jojo wieder.